Für mich geht es einfach in den Traum, in Erfüllung. Es ist ein Riesenklub, es ist eine wunderschöne Stadt und ich freue mich einfach riesig hier herzukommen, alles zu geben, die Mannschaft kennenzulernen, die Stadt kennenzulernen, die Fans kennenzulernen und dann einfach Gas geben. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Fußballer, wie Titel zu gewinnen, erfolgreich zu sein. Ich glaube, für das machen wir das alle. Das macht einfach Spaß. Für das trainiert man auch so hart und so lange, dass man am Ende auch irgendwas Schimmeres in der Hand hat. Ich glaube, ich bin hier einfach genau richtig für das und ich freue mich einfach, dann loszulegen. Ich kann nicht verlieren. Ich gebe immer alles, egal ob es am Fußballplatz ist, ob es irgendwo anders ist. Seit ich ein kleines Kind bin, sei jetzt mal, ist das so und ich glaube, so kann mich auch jeder erwarten, egal bei welchem Spiel, bei welchem Training. Mich gibt es nur bei 100 Prozent, wenn nicht mehr und für das stehe ich auch. Ich freue mich einfach das erste Mal, das Trikot zu tragen, vor dem Fans zu spielen und ja, die Vorfreude ist riesig.